Seit über 100 Jahren produziert Trigema hochwertige Sport- und Freizeitbekleidung. Bis zu 10 Tonnen Stoff werden hier täglich in einer vollstufigen Produktion zu T-Shirts, Jacken oder Hosen verarbeitet. Rund 1200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei Trigema beschäftigt. Eine Berufsgruppe davon kennst du vielleicht noch gar nicht. Hi, mein Name ist Patrick Bobeneci, ich bin 25 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Produktionsmechaniker hier bei Trigema. Hier sind wir in der Strickerei. Hier werden verschiedene Garne zu verschiedenen Bindungen verstrickt, wie zum Beispiel Single-Jersey für T-Shirts. Damit das alles reibungslos funktioniert, muss ich hier zum Beispiel den Fadeneinlauf einstellen und das mache ich hier über dieses Touchpad. Den Fadeneinlauf stelle ich ein, um eine gleichmäßige Fadenspannung dadurch zu kriegen und auch einfach den gleichmäßigen Faden der Maschine zuzuführen. In meinem Beruf ist es wichtig, präzise und aufmerksam zu schaffen. Es kann vorkommen, dass zum Beispiel durch eine Ansammlung von zu viel Pflaumen ein Fadenbruch entsteht oder auch eine gebrochene Nadel mal vorkommt. Hier müssen wir schnell reagieren. Wenn das Stück voll ist, also der Prozess abgelaufen ist, dann schneide ich den Stoffballen ab und kontrolliere nochmal auf Fehler, wie zum Beispiel einen Streifen oder einen Nadelbruch. Hier ist dann schon ein Auge fürs Detail notwendig, einfach um den Qualitätsstandards zu sichern. Was mir besonders gefällt an der Ausbildung ist die Flexibilität. Dadurch, dass ich was Handwerkliches zum ersten Mal hier in der Ausbildung mache, ist mir erst aufgefallen, wie sehr mir das eigentlich gefällt. Es ist sehr aufregend, einfach auch, weil ich jeden Tag etwas anderes machen darf und immer auch wieder mit was Neuem konfrontiert wird, was ich auch lernen kann. Ich habe mich für Trigema entschieden, weil es eine sehr große und erfolgreiche Firma ist und weil nachhaltig vor Ort in Deutschland produziert wird. Als ich meine Ausbildung hier begonnen habe, ist mir aufgefallen, dass das Arbeitsklima hier eines der besten ist, die ich jemals gesehen habe. Und deshalb möchte ich nach meiner Ausbildung auch bei Trigema bleiben, um einfach in diesem schönen Arbeitsklima schaffen zu können und dann auch mein weiteres Leben verwirklichen zu können. Hätte ich jetzt gesagt. Oder ich meine, wenn das euch jetzt so geschwollen klingt oder sowas, also muss man mir ruhig sagen. Weil ich kann es auch ein bisschen... Also es ist wirklich so, um Gottes Willen, ich will schon hier sein. Also ich möchte das auch so. Wirklich. Also mir gefällt es hier sehr. Ich sage es ehrlich. Und deshalb möchte ich nach meiner Ausbildung hier bei Trigema bleiben, wie viele andere auch, um als Produktionsmechaniker oder Maschinenanlagenführer zu arbeiten. Und wenn du auch Bock hast auf diese mechanische Arbeit, so wie ich auch, dann bewirb dich doch unter www.trigema.de-ausbildung. Wir freuen uns auf dich.